Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Mario die Nese und heute spielen wir ein neues Spiel und zwar Let's School Ich hab das Spiel einfach mal auf Steam gesehen und dachte ich guck's mir mal an und vielleicht kann ich dazu hier ein Video machen und jetzt haben wir's So, ja es kam sehr lange kein Video, aber jetzt gibt's ein neues und ich würde nur sagen wir starten New Game Karrieremodus Was ist das? Pair on the strings, dann gehen wir Das sieht geil aus, das sieht schon geil aus Wir machen mal nochmal Und confirm Also, ja, also ich fand das Spiel sehr cool, also vom Aussehen her, vom Look Hey, long time no see, I'm headmaster of your old school By the time you read this, I will be travelling in the world Do you remember the... Okay Alles klar, continue Oh nein, Digga, wer sind wir denn? Digga, was ist das denn? Digga, was ist das denn? Mal so Digga, was? Digga, was? Junge, was ist das denn? Na, ich würde mal so normal groß So Digga, was? Okay Frisur Yo Digga, was? Okay, wir nehmen das Outfit Boah Junge, was ist das denn? Also, das ist bis jetzt auch die Demo, also nicht die Full Version, ich glaube, die wird noch kommen So Ja, scheiße Brille, sieht kacke aus Wir wollen ja... So, wir sind jetzt der Schuldirektor, glaube ich Starten wir mal Oh, was ist das denn? Okay, wie heißt die Schule? Äh, wir machen mal Oh, Digga Ich bin jetzt... ich hab so Schmerzen Ey, lass mich, okay Cool School Okay, wir... wir machen jetzt... Image Wir... Wir... mhm... Hey, ich schicken, was es sein soll Hier, Natur, Tiere Ah, wir mögen Tiere Okay, wie sieht unser Logo aus? Oh, Junge So eine scheiß Ente, da haben wir wieder Eine Ente Wir nehmen das Yo Okay, warte, die Ente kriegt ein cleanes Gelb Das Außenrum Kriegt ein cleanes So Dingrot Hä, und ja, was macht jetzt das Gelbe? Und der Hintergrund kriegt ein Grün für die Nat... Na, das sieht unglaublich scheiße aus, was? Ja, wir lassen das so... Boah Okay, jetzt... Die Outfits müssen... Die müssen sehr krass aussehen Also, die müssen... Na, Sport... äh, äh... Die müssen schon eine Schuluniform Wir sind ja eine gute Schule So, confirm Und die müssen... Digga, was? Ich hab so Schmerzen Oder... Warte, wir waren Tiere, ne? War... was die... was die Tieren ähnlich Ja, so grün Nein! Oh mein Gott, scheiße Jetzt hab ich... Okay Egal Los geht's Wir fahren in... Einen Bus Oh, wir kommen an Let's go Cool School Boah Boss, Junge Ja Ja, es gibt... Nein, wir gucken uns an Okay Das ist unser Schulgebäude Digga, was? Was dann wieder von ne geile Schule? Ja, moin moin Are you the new headmaster? Ja, bin ich Ja, bin ich I'm Mrs. Lin, your assistant Feel free to ask me for help if you announce any difficulties Ach, scheiße, auf Encounter, keine Ahnung I might not have a lot of experience, but I'll do my best Okay Juhu Digga, was? Okay It's my... um... It's not easy being a headmaster Oh, I haven't been... Ja, komm It's my first time Try and move it on Na, jetzt kommt... Och, Digga Junge, da sind wir Boah, sind wir krass Scroll to use So, hier rein scrollen Oh, das wollte ich nicht Hier, aber das Game sieht actually ganz geil aus Ähm Was soll ich jetzt machen? Achso, ja, mit Mausrad There is more than one floor building Okay Er... Wow Digga, was, wie geil Und F runter Okay, geil F und R können wir runter und hoch Ähm, hello headmaster, let me first introduce you to our goal We must first admit students from all around us And... Okay Ja, ja, ja So... Each... was stand hier? Get students... okay Okay Die müssen schlauer werden damit eine gute schule werden Each... week... teach the students... okay Jede woche müssen wir oder was? Okay, when the students pass the exams... okay Small school Small school Yo, okay Wir können auch upgraden Es ist 7 Uhr Greetings headmaster New building Sprick Johnson Poor This building hasn't been used in age I'm... okay Alter, ist das kaputt Was? Wir brauchen das Das müssen wir reparieren Das Das Junge Oh, wir können einfach alles neu machen Wir machen... wir müssen Geld sparen Also, hab ich das komplett verkauft, oder was? I've never seen this place this clean and tidy before Okay, jetzt bauen wir unsere Klassenräume Hammer Jo, okay Jetzt... kann ich irgendwie in die Settings kurz Game Settings Game Settings Graphics Slack bisschen Junge, wieso 60? Seid ihr blöd? 14 Ja, guck mal Viel besser Okay, zack Spawn wir Hier kommt der erste Klassenraum hin Boah Okay Schäbige Okay, jetzt brauchen wir Stühle Okay, wir machen erstmal... wo soll die Tafel hin? Sollen wir die jetzt erstmal... Okay, wir machen... Zack Achso, jetzt brauchen wir eine Tür So, jetzt haben wir eine Tür Blackboard, jetzt brauchen wir eine Tafel So Was brauchen wir? Was ist das hier? Wir können ja nicht nur... na, hier müssen... Höh! Das wollte ich gar nicht! Das kommt... Das kommt... Das kommt... Das... Ich möchte es umtauschen Also, das kommt da hin Das... kommt da hin Das kommt... Ah, Lehrerpult ist das! Okay, dann das Lehrerpult kommt... Hier hin Die kommen hier hin Wir brauchen ja viele Schüler, ne? Die auch unsere Schule... Passt Also, wir machen die nach hinten Weil die sehen ja sonst gar nichts In der Schule wird hier... Wird... Den groß geschrieben Perfekt! Und jetzt hier auf Complete Stark! Yo, was ist das denn? Okay, moin moin! So... This is where the students... Community... Oh... Hier sind die Schüler... Wie kann ich weiter machen? There is a lot of children in this community We need to start schooling soon Yo... We can... Renovate... Wir können renov... Wir können das renovieren, geil! Okay, Drake not... Junge, wieso missbrauchen die Geld? Digga, wir müssen Schüler bezahlen, was denn das? Junge... Ja, okay, confirm Digga, die kostet was! Die ist ja richtig schlecht, überall 13 nur! Kann ich das handeln oder so? Ja, komm, confirm! Klick add mit! It is time to place new students in the classroom and assign a homeroom teacher Was ist das denn? No members! Select all! Digga, was? Was hab ich gemacht? Das sind jetzt einfach... Ah, guck mal hier! Ja, hier können wir Sachen einstellen, okay! Also Leute meine ich! Okay! Ja, das... Hört sich doch schon mal gut an! Los geht's! Starten wir mal! Da kommen schon die ersten! Da bin ich! Yo! Und was soll ich jetzt hier gucken? Ah, okay, ich mach so Pause! Machen wir mal schneller! Boah, jetzt kommen die ganzen Lehrer, okay! Check! Your parents said... Unsere... Nein! Ihr seid schlau! Irgendwas! Eure Eltern labern Müll! Die sind alle dumm wie scheiße! Die ersten Schüler kommen! It's pitch black! Oh mein Gott! Die gucken sich erst mal um! Wieso ist der blind oder was? Wieso machen die... Hä? Sind die alle blind? Was machen die? Wie laufen die? Die sind alle blind! Ah, der nicht! Okay! Junge, wieso sind die... Wieso sind die nicht blind? Ach, scheiße! Die sind blind meine ich! Okay, sie... Sie gucken sich erst mal um! The students are... Are all ready to learn! Let's plan your... Our... Okay! Oh, wir können ja einen Stundenplan machen! Okay! Ah! Der, ich check gar nichts mehr! Also wirklich... Okay! Also ich finde... Hier! Hier kriegen die... Lernen! Dann müssen die nochmal... Lernen! Dann haben die hier... Wissenschaft! Mit mir! Oha! Macher! Ach! Ich kann das ziehen! Und nochmal Wissenschaft! Und dann haben die hier... Okay! Gut! Jetzt haben die hier... Sport! Hallo! Sport! Ah! Ich hab keinen Sportlehrer! Ja dann nicht! Hallo! Ne! Hier kommt Wissenschaft hin! Wissenschaft ist wichtig! Dann gibt's hier... Dann gibt's hier... Wir haben echt gar keine Lehrern! Hm! Ja! Wir müssen dann erstmal alles mit Wissenschaft vollpumpen! Hier lernen die! Ach! Das ist ein Tag! Tag! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Es geht von links nach rechts! Oh mein Gott! Ich schraff's jetzt erst! Die haben... Alter! Sind die am Arsch! Die müssen ja... Alter! Was? Die müssen ja Gas geben! Ja! Ja! Dann machen wir erstmal hier! Und hier fangen die mit Wissenschaft an! Dann gibt's hier nochmal... Lesen! Lesen! Wissenschaft! Lesen! Wissenschaft! Das ist die schlimmste Schule ever! Wir machen hier mal alles abwechselnd! Und an dem Tag wird Wissenschaft gefördert! Geht gar nicht! Algebra? Was ist Algebra? Richtig dumm! Richtig juckt! So! Und jetzt? Ja! Gut! Ist fertig! So! Okay! Weiter geht's! Na ich check man! Also langsam wirklich echt bin ich überfordert! Warum guckt ihr euch um? Was ist mit euch? Was ist hier? A week of course is in any... Digga! Hä? Geht's noch weiter oder was? Achso! Ich hab's noch nicht fertig! Jetzt! Ich hab's nicht gelesen was da stand! Egal! So! Wir sind fertig! Jungs! Ihr seid doch nicht blind Leute! Okay! Jetzt wird gelernt! Good morning! Klaas! Was mach ich? Wir lassen die mal lernen! Und ich arbeite! Okay! Das ist doch gut! Digga! Die lernen! It's so dark! Halt die Fresse! Was willst du denn jetzt? Ja! Dann baue ich dir was! Digga! So die Fresse! Was ist mit ihm? Buildings! Nein! Hallo! Ich will euch doch! Wo sind hier Lampen? Live Style! Was? Hä? Digga! Digga! Ist das Spiel kacke! Nein! Ist es nicht! Hier! Hier ist ein Cleaning Set! Das muss mal auch sauber gemacht werden! Ja! Also bitte! Strengt euch an! Und macht euren Klassenraum sauber! Okay! Was ist das? Pink Flower Beet! Mülleimer! Ganz wichtig! Ne! Sonst wird hier Dreck gemacht! Must be placed! Outdoor! Ach! Die wollen Fenster! Sag das doch gleich! Und wo ist das Fenster? Ich dachte, sie wollen irgendwie eine Lampe oder sowas! Wo soll ich Lampen haben? Ja! Wo ist denn Windows? Hallo! Ich weiß leider nicht, wo Windows sind, Leute! Scheiße! Treppen gibt's! Aber immer noch keine! Fenster! Alter, ich bin so befordert! Wirklich, ne? Die sind so mittelzufrieden! Die wollen Fenster! Wie mache ich denen ein scheiß Fenster rein? Ey, bitte! Ist das ein Fenster? Ja, hier! Die kriegt ihr Fenster! Junge! Das ist bei Türen! Das macht gar keinen Sinn! Ey, die sind immer noch blind! Ich raff's nicht! Also wirklich langsam! Das macht mich... Das Spiel macht mich sauer! Pillar! Ach lecker! Äh... Sooners are heading home! Okay, tschüss! Ich will das nicht! Hallo! Ich will hier raus! Oh! Statement! Okay, ich würde sagen, wir machen einen anderen Klassenraum! Warte! Wo sie... Okay! Wir haben 82 Taten! 1000... Geld! Oder Jön halt! Was weiß ich! Ähm... Classroom! Wir brauchen... Ähm... Haben wir schon so... Gibt's einen Sportplatz? Wir brauchen einen Sportplatz, finde ich! Das ist sehr wichtig! Okay, warte! Wir fangen an mit... Pantry! Pantry! Ist das eine Mensa oder was ist? Ich hab keine Ahnung! Was ist das? Was wird hier drin gemacht? Alter, ich kann das nicht! F... E... Drehen! So, wir brauchen natürlich auch eine Tür, sonst kommt die ja nicht raus! Und weil ihr sonst rumholt, gibt's hier noch ein Fenster! Hä? Dann halt nicht! So, wir machen... Manage Department! Kommt hier rein! So! Da kommt jetzt so eine Tür hin! Dann natürlich auch, wie wir es kennen, ein Fenster! Hier auch! Dann... Telefon... Ding! Und... Ein... Tisch! So! Ähm... Department! Was ist überhaupt Department? Ist es einfach zum Pennen oder was? Ich raff's nicht! Ähm... Haus! Haus! Nein! Doch! Haus! Und hier kommt Mrs. Lynn arbeiten! So, passt! Was macht die... Bücher! Bücher ist wichtig! Ah, guck mal hier! Jetzt haben wir hier schon einen Baum! Soll ich was drücken? Oder was? Nein! 6 von 0! Muss ich hier jetzt Leute einstellen oder was? 0 von... Ja, was soll ich jetzt machen? Wollt ihr mich verarschen? Ey, ich raste nicht! Was wollen die von mir? Ja, ich muss noch Leute einstellen, oder? Ach der ja! Drei neue Schüler. Ich mach jetzt einfach mal so schnell. Ihr tastet euch wieder rum. Ihr kennt die Schüler. Hä? Sind die blind, weil es dunkel ist? Oder was? Aber es ist ja nicht dunkel. Die müssen eigentlich was sehen. It's so dark. Was? Was labert ihr? Jungen, mach mich diese Leute sauer. Wirklich. So. Aber ich würde sagen, dass wir den in der nächsten Folge, ähm, genau, ein Fenster geben. Also, falls euch die Folge gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like und ein Abo da stellen. Das würde mich extrem freuen. Und, ja, falls ihr mehr sehen wollt, könnt ihr das auch gerne in die Kommentare schreiben. Mal gucken, was auch aus dieser Schule wird. Den ist auf jeden Fall dunkel. Ähm, aber ja, ihr könnt gerne eure Meinung zu dem Spiel in die Kommentare schreiben. Das ist, glaube ich, gerade frisch rausgekommen. Und dafür finde ich das eigentlich auch ganz nett. Also könnt ihr gerne eure Meinung schreiben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss. Tschüss.